Alter, wie könntest du solche Spiele, bitte nein, sag mir nicht, du spielst das Spiel und denkst dir so, ja, ich esse nebenbei noch Chips, äh, Red, und dann tue ich noch nebenbei meine Wäsche machen, es geht nicht. Danke dir, Kions. Oh, fuck! Ja, auf Instagram ist mehr, wenig Gaming, es ist ganz wenig Gaming, weißt du? Also, auf Instagram ist mehr alles andere, Lifestyle, Autos, Reisen, Mode, Technik so, aber nicht dieses Gaming Gaming, was die wir hier treiben. Aber mir macht es nichts aus, ich... Die hört sich an wie meine Oma. Die hört sich an wie meine Oma-Train. Ich werde nie wieder meine Oma besuchen, ich werde nie wieder meine Oma... Oh, fuck! Oh, mein Gott! Ja, los, scheiße! Ich gehe nie wieder zu... Arraa! Ich gehe nie wieder zu meiner Oma! Ich gehe nie wieder... Fuck! Die redet auch immer so. Sie ist auch schon alt. Fuck! Ey, ich habe wieder Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Nein, wie mache ich das, äh, das andere in die Hand nimmt? Hä? Ah, okay, das muss nach rechts, da... Okay. Ich bin immer noch falsch. Tokio ist sehr, sehr teuer. Oh, der Tokio ist teuer. Nein. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Verdammte Scheiße, jetzt ohne Licht auch noch. Okay, einfach fotografieren, ja? Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Ja, stell mal einen Timer. Ne? Mich reiht Japan auch sehr, oder tatsächlich mal im Winter nach Island. Island ist krass. Aber Island ist teuer. Island war einer der teuersten Orte auch, wo ich war. Muss man sagen. So krass, so wie Malediven. So extrem. Das ist ein Problem. Ah! Fuck! Ja, ich schaue mir die Bilder an. Was? Sind wir richtig? Ne, oder? Ich seh's nicht. Wackel, wackel! Ich weiß nicht. Sind wir richtig? Ne, oder? Ich glaub, wir müssen da lang. Ich glaub, wir müssen hier lang. Ich glaube. Sind wir richtig? Ich weiß nicht. Rechts oder links? Aber wir sind richtig. Guck. Hat gesagt, immer die Hände nach, oder? Kions, immer die Hände nach. Da lang. Okay. Ah! Oh, fuck, Alter! Kann das jetzt mal aufhören? Jetzt wird's ja nicht besser. Ah, ist verbrannt? Okay. Mein Tipp. Mein Tipp. Direkt Krankenwagen auch noch neben mir haben, oder? Okay. Ich glaub, wir sind richtig. Warte mal. Das ist so ehrenlos, Alter. Das ist so ehrenlos. Das ist so ehrenlos. Warte, ich muss kurz. Mein Herz. Mein Herz, Alter! Mein Herz. Mein Herz. Was ist das, Alter? Ich würde... Ich schwör, das ist so dumm. Es ist so dumm. Ist wieder ein Gang. Wieder ein Gang. So. Eigentlich schon wichtig, Kions, Sport zu machen. Eigentlich schon wichtig. Glaub mir. Ich mein, ich... Ich hab jetzt drei Monate kein Fitness gemacht, aber wir werden jetzt wieder angefangen. Du brauchst halt so eine Scheiß-Motivation. Aber wenn du diese Motivation hast, ist es schon nice. So. Wir hatten so ein Event. Ähm. Mit so Partner von uns. Ähm. Und wie heißt denn die Marke? Salomo? Ne. Lule. Lule. Lule Lemmon oder wie die heißen. Ah! Fuck. Ist ultra anstrengend. Lule Lemmon heißen die. Mit... Okay. Wir sind... Ich glaub... Jetzt schaut halt alles fucking gleich aus. Rechts oder links? Warte mal. Wir sind kurz schauen. Sind die Hände immer auf der linken Seite oder rechte Seite? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Okay. Da sind doch auch Hände. Guck. Hände. Ich glaub, wir müssen da lang. Ey. Ich schwör, wenn da auch Hände sind auf der Seite, krieg ich die Krise. Warte. Hast du noch eine Yoga gemacht? Warte. Ist da was? Ja. So. Okay. Wir sind richtig, glaub ich. Wir sind richtig. Okay. Alter. Mein Handy ganz halt mit dem Leuchten. Wer schreibt mir denn? Äh. Warte, warte. Eine Sekunde. Nee. Warte mal. Oh, trinken ist gut. So. Stimmt, ja. Du musst eine Figur machen, die kleiner ist als ein Hund. Okay. Verbrannt. Wir sind richtig. Da vorne ist was. Da vorne ist was. Ja, wir müssen da lang. Da leuchtet was. Ja, ja. Wir müssen da lang. Scheiße. Scheiße ist es ehrenlos. Ich weiß. Scheiße ist es ehrenlos. Oh mein Gott. Ich laufe. Ich laufe. Lauf! Ah! Die Nachbarn. Die werden mich rausschmeißen. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was ist das, Alter? Was ist das? Drey, was ist das für eine herrenlose Scheiße hier? Da passiert irgendwas. Da ist die Kerze. Oh. Er ist hier. Ich weiß nicht, ob da was geht. Fuck. Er ist hier. Er ist hier. Oh oh. Fuck, 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 fuck. Ah! Scheiße. Fuck. Scheiße. Was war das? Ich muss hier weg. Okay, wir haben alle Kerzen. Hessen. Okay. Oh! Fuck! Oh! What the fuck? Scheiße. What the fuck? Fuck! Ah! Wohin, wohin, wohin? Ah! Ah! Mir ist schlecht. Ich bin tot. Alter. Wo bin ich jetzt? Der hat mich irgendwo mitgenommen. Ich drehe durch. Wo bin ich? Ach so, sag mir nicht alles von neu. The fuck. Ich hasse. Ich hasse Kerzen. Es geht. Okay, es geht, es geht. Und jetzt, wohin, wohin? Warte. Ah! Ah! Scheiße. Lauf! Grüner, blauer Raum. Ah! Scheiße! Fuck! Ah! Scheiße! Blauer Raum. Wo ist der ehrenloser Raum? Wo ist der blauer Raum? Äh, ich werde sterben. Ich bin tot. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Maria, Maria, Maria. Okay. Wer kennt das mal? Oh, fuck, fuck, fuck. Was ist das? Was ist das? Muss ich weglaufen? Er kommt. Ah! Mir schlecht. Ich weiß nicht, wohin. Ich hänge. Lauf weg. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß nicht, wohin. Oh, fuck. Ich bin tot. Lauf weg. Lauf, du ehrenloser, ey. Vor allem, ey. Wenn du gefangen bist in so einem Spiel, warum trinkst du Alkohol? Er läuft wie so ein ehrenloser. Schneller. Was ist das? Was ist das? Da musst du fit sein, Alter. Fit. Was ist das? Wo muss ich hin? Ich muss, glaube ich, Zeit springen, oder? Ich glaube, ich muss Zeit springen. Hans Goring, 1951. Ich kann es nicht aufheben. Hans Goring. Hans Boring. So. Oha, okay, okay. Ich habe irgendwas genommen. Ich habe irgendwas genommen. Ich glaube, ich muss wie die andere Zeit... Warte mal, jetzt haben wir was. Ah! Fuck you! Mir schlecht. Fast gekotzt. Fuck, glaub. Okay, wir gehen eine andere Zeit. Du ehrenloser. Weg. 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 Weg.